Servus Freunde, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer LCK auf bessere Brasches-Elektronik aufwerten könnt bzw. upgraden, indem ihr zum Beispiel einen anderen Motor, einen anderen Empfänger oder ein anderes ESC anbaut und das anhand des sehr beliebten High Boxing 296A, eines der stabilsten LCKs, die ich so besitze und auch ein Auto, von dem ihr sehr, sehr gerne sehen wolltet, dass ich dazu ein ausführliches Upgrade-Video mache. In diesem Video werde ich euch also alle Schritte zeigen, die ich gebraucht habe, um diese stärkere Brasches-Elektronik einzubauen. Einen Link zu allen Produkten bzw. zu den Upgrade-Teilen findet ihr unten in der Videobeschreibung, wobei es meinen Kanal wirklich sehr unterstützt, wenn ihr über die Links mit den kleinen Sternchen kauft. Ich wünsche euch nun ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und vergesst nicht, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt diese gerne in die Kommentare rein, damit ich euch diese beantworten kann. Für das Upgrade benötigt ihr, je nachdem welches EC-Ker ihr besitzt, passende Elektronik. In diesem Fall ist es ein 1 zu 10 XS-Auto, das heißt, wir werden 1 zu 10 Elektronik verwenden. Besonders gut dafür geeignet ist die neue Hobbywing-Generation des Max 10. Ich habe hier das Max 10 Gen 3 ESC, das ist übrigens auch ein Sensord ESC, mit einem Sensord-Motor gepaart. Dazu gleich noch mehr, jedenfalls dieses ESC hat eine Leistung von 80 Ampere, ist 2 bis 3 S-Weg, besitzt eine extrem gute Kühlung, da hat Hobbywings sogar einen neuen Lüfter verbaut, der sehr besonders aufgebaut ist. Zudem ist es ja, wie gesagt, ein Sensord ESC und ein Sensord-Motor. Der Motor selber ist ein 3652er Braschless-Motor, also 36 mm Durchmesser und 52 mm Länge. Das ist eigentlich so die perfekte Größe für die SLCK. Der Motor besitzt 4100 kV, also 4100 Umdrehungen pro Volt, das empfehle ich auch für die SLCK, da der standardmäßige Motor mit 4500 kV daherkam und dementsprechend schneller dreht, wenn ihr nur mit 2 S fahrt. Wie schon gesagt, es ist ja ein Sensord-Braschless-ESC, er ist auch Sensord-Motor, das heißt, es gibt noch ein viertes Kabel. Damit wird das nervige Stottern beim Anfahren von Braschless-ESC-Cast extrem gut behoben, das gibt es nicht mehr. Das heißt sozusagen, ihr könnt mit diesem Auto extrem, extrem, extrem langsam fahren und auch sehr, sehr kontrolliert. Das ist definitiv ein Vorteil. Ob man das Ganze in einem Basher braucht, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ein cooles Feature. Als Ritzel habe ich mir von AliExpress ein 14-Zahn-Ritzel bestellt mit einer Ritzelgröße von Mod 0.6 und einer Welle von 3,175 mm. Das besitzt nämlich auch der Hobbywing Braschless-Motor. Um die neue Elektronik steuern zu können, benötigen wir auch einen neuen Empfänger. Bei dem standardmäßigen ESC von diesem Highboxing ist ein 2-in-1 ESC verbaut gewesen, das heißt, dort waren der Fahrtenregler und Empfänger inkludiert, also eine 2-in-1-Einheit eben. Das ist mit dieser unabhängigen, deutlich besseren Elektronik nicht mehr so und deshalb braucht ihr einen separaten Empfänger. Dafür habe ich die neue Dumbo RC X6PM-Funke genommen mit einem 6-Kanal-Empfänger von Dumbo RC. Diese Funke ist einfach wahnsinnig gut, extrem günstig, besitzt eine richtig gute Reichweite, fühlt sich sehr, sehr hochwertig an und nutzt noch sehr, sehr viele andere YouTube-Kollegen immer wieder gerne. Außerdem habe ich noch einen neuen Motorhalter gekauft, da ich einfach den alten nicht vom Motor runtergekriegt habe und ein Schraubenkit, das habe ich mir aber einfach ganz generell gekauft, weil ich neue Schrauben gebraucht habe von AliExpress und diese werde ich auch in diesem Building hier verwenden. Hier seht ihr noch einmal alle Teile im Überblick, die ich für dieses Brushless Upgrade verwendet habe. Eine Voraussetzung für den Umbau ist natürlich, dass ihr bereits die alte Elektronik aus dem Highboxing entfernt habt. Dafür müsst ihr einfach die Schrauben hinten lösen, das zeige ich euch hier noch kurz in dieser Aufnahme. Zudem musste natürlich das ESC aus dem Auto heraus, das ist unter anderem mit einer Schraube gesichert, als auch doppelseitigem Klebeband, diese also einfach entfernen und dann mit einem Schraubenzieher unter dieses doppelseitige Klebeband gehen, dann kriegt ihr das relativ schnell raus. Wie gesagt, den Motorhalter habe ich nicht abbekommen, deshalb habe ich ja auch einen neuen gekauft, beziehungsweise ich habe den ursprünglichen Motorhalter nicht in seiner vollständigen Form abbekommen, dafür aber diesen kleinen roten Gummispacer, den habe ich auch am neuen Motor montiert. Der Highboxing, das wir fast jedem seiner LC-Gas macht und das bestimmt einen guten Grund haben wird. So Freunde, montieren wir nun den neuen Motorhalter, interessant, dabei übrigens, wir können auch ein 16er Ritzel verbauen, dafür müsst ihr den Motorhalter einfach nur umdrehen, da ist so eine kleine Zahl drin reingeschrieben, also 14 oder 16 und dann könnt ihr hier auch ein etwas größeres Ritzel verbauen, würde ich aber tatsächlich hier davon abraten, da ihr mit dieser Kombo vor allem auf 3S wirklich ausreichend Power habt. Als Schraube für den neuen Motorhalter habe ich eine M3 x 12 Hexschraube genommen und diese mit dem beigelegten Werkzeug von diesem Schraubenkit montiert, ging alles sehr, sehr entspannt. Ich empfehle euch dabei, auf jeden Fall Locktide zu nehmen, am besten sehr, sehr viel blaues Locktide, das ist ungefähr mittelfest, wartet da auf jeden Fall auch 24 Stunden, bevor ihr das Auto benutzt, damit das ganze Locktide schön einwirken kann und es auch wirklich schön fest ist. Ich habe einmal den Fehler gemacht und das nicht so getan und mein Ritzel als noch Motorhalter ist extrem schnell wieder locker geworden, einfach weil sich das Locktide noch nicht richtig gefestigt hat. Dabei übrigens ein kleiner Tipp, dreht die Schraube erst ein bisschen ein, dann wieder ein bisschen raus und dann wieder völlig ein, damit verteilt ihr das Locktide wirklich überall schön und ihr presst das ganze Locktide nicht raus. Von der Richtung des Motors könnte ich hier eigentlich nichts groß falsch machen, denn es gibt dafür eigentlich nur zwei Schraubenlöcher, damit die Kabel oben richtig raus schauen bzw. nicht unten irgendwie komplett verwurschtelt sind. Ihr könnt euch dabei orientieren, dass die Kabel einfach nach oben schauen müssen, dann habt ihr die richtigen beiden Motorhalterlöcher gefunden. So Freunde, kommen wir nun zum Ritzel, da habe ich mich wie gesagt für das 14er entschieden. Glücklicherweise ist bei diesem Ritzel auch ein kleiner Heckschraubendreher mit beigelegt, der perfekt für die kleine Madenschraube passt. Wichtig hierbei, passt auf diese kleinen Schrauben auf, dass sie sich nicht schnell durchdrehen. Geht da wirklich mit Ruhe dran, damit ihr euch diese Schraube nicht direkt kaputt macht. Die hält sowas aus, aber nicht so viel wie andere Schrauben, völlig egal welche Marke. Bei der Schraube empfehle ich grünes Locktide zu nehmen, das ist deutlich fester als blaues Locktide und ist sehr geeignet für Ritzel, damit diese einfach nicht locker werden, dann das kann wirklich richtig ärgerlich werden. Ich habe hier nämlich wieder den Fehler gemacht und erst blaues Locktide genommen. Das Ritzel ist mir dann allerdings innerhalb von kürzester Zeit vom Motorhalter wieder weggerutscht. Deshalb habe ich das Ganze noch einmal ausgebaut und grünes Locktide genommen, also macht nicht denselben Fehler wie ich. Und wie gesagt, nicht vergessen, lasst das ganze Zeug schön eintrocknen, denn auch das grüne Locktide braucht seine Zeit zum Eintrocknen. Denn wenn euch das Ritzel wegrutscht oder es nicht richtig fest ist, könnt ihr das Ritzel als auch Hauptzahnrad beschädigen, beziehungsweise im schlimmsten Fall rutscht es wirklich ganz weg und ihr habt weder Antrieb noch Bremskraft. Um das Ritzel an die perfekte Position von der Motorwelle anzubringen, damit das Ritzel auch auf seiner ganzen Größe das Hauptzahnrad antreiben kann, empfehle ich den Motor kurz einzustecken in den vorgefertigten Motorhalter vom Auto. Dann könnt ihr schauen, wie lange ungefähr die Welle da hinreicht, das Ritzel schon mal drauf hinstecken, ein bisschen hin und her bewegen. Die Madenschraube würde ich dabei übrigens schon leicht eingedreht haben mit dem Locktide, dann bewegt ihr das einfach hin und her, richtet das perfekt aus und zieht die Schraube schlussendlich, wenn ihr die perfekte Ausrichtung gefunden habt, richtig fest, aber wie gesagt, macht das mit Ruhe und nicht zu schnell. So Freunde, der Motor ist nun montiert, jetzt müssen wir nur noch die Kunststoffabdeckung wieder darauf hin montieren, das ist nicht schwer, dafür müssen wir einfach die anderen Schrauben, die ihr euch natürlich zur Seite gelegt habt, wieder eindrehen und dann seien wir auch schon mit dem Motor tatsächlich durch. Übrigens, was mir hier aufgefallen ist, ich habe tatsächlich meinen Motorhalter vorhin nicht fest genug angezogen, ist mir hier gerade eben auch aufgefallen, der hat ein bisschen rumgewackelt, deshalb habe ich die Schrauben noch einmal nachgezogen. Also diese Schrauben vom Motorhalter wirklich sehr, sehr fest anziehen und dann seien wir damit auch glücklich. Kommen wir nun zum Montieren des ESC's und dort ist es, eben weil es ein Sensor-ESC ist, wirklich enorm wichtig, dass ihr die Kabel auch in die richtigen Slots einführt. Das blaue Kabel muss in den blauen Slot rein, das gelbe in den gelben Slot natürlich, auch das Sensor-Kabel solltet ihr auf jeden Fall anstecken. Wenn ihr nämlich die Motorkabel falsch verwendet, dann geht euer ESC als auch Motor kaputt, beziehungsweise kann es sogar Feuer fangen. Deshalb ist es wirklich enorm wichtig, dass ihr die richtig einsteckt. Es ist noch mit A, B und C schon gekennzeichnet, auch in der Bedienungsanleitung von dem ESC, also wenn ihr dort ein wenig aufpasst, dann kann da auch wirklich nichts schief gehen. Damit könnt ihr ein Sensor-ESC ziemlich stark kaputt machen. Alle anderen ESC's, die über kein extra viertes Kabel zu dem Motor verfügen, bei denen ist das relativ egal. Da könnt ihr nichts kaputt machen, wenn die andersherum irgendwie eingesteckt sind. Das Einzige, was sein kann, ist, dass der Motor dann rückwärts fährt, wenn ihr Gas gebt. Das könnt ihr dann aber einfach ändern, indem ihr die Motorkabel wieder umsteckt. Hier noch einmal der Hinweis, das gilt nur für Sensor-Brashless-ESC's und Sensor-Brashless-Motoren. Bei allen anderen ESC's, wo Sensor los oder so etwas dasteht, oder ihr einfach kein Sensor-Kabel, so ein extra kleineres Kabel seht, ist das egal. Nun zum Montieren des ESC's. Dafür gibt es tatsächlich zwei Möglichkeiten, wie ihr das montiert. Einerseits könnt ihr es oben hier auf dieser Top-Waste montieren. So werde ich es machen, einfach weil ich ein größeres Akkufach haben möchte. Ihr könnt es aber auch, es wird zwar schwierig, aber es geht, ihr könnt es auch an den ursprünglichen Platz wieder zurück reinklemmen. Dafür müsst ihr aber tatsächlich, glaube ich, ein wenig von dieser Top-Waste hier abschneiden. Also ihr müsst das Fahrzeug dafür tatsächlich auch etwas modifizieren. Müsst ein bisschen Bearbeitung vornehmen an dem Kunststoff hier drinnen, aber es geht rein theoretisch. Bedenkt aber, dass ihr danach dann nach wie vor dieses kleine Akkufach habt. Und bedenkt dabei bitte auch, dass dieser Motor auf 3S auf jeden Fall viel Strom sorgen wird. Deshalb empfehle ich wirklich, das ESC einfach auf diese Top-Waste drauf hin zu klatschen, mit einem schönen doppelseitigen Klebeband, was übrigens nicht von Hobbywink beigelegt war. Das habe ich im Baumarkt gekauft. Hinter am besten das härteste, was ihr finden könnt. Mit leichtem werdet ihr dann nämlich nicht zufrieden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Also klatschen wir das ESC oben drauf hin. Ich habe mich hier noch ein bisschen rumentschieden, wie ich es platziere. Ob ich die Motorkabel nach vorne oder nach hinten bringe. Ich habe mich schlussendlich dafür entschieden, dass ich sie nach vorne hin bringe. Einfach aus dem Grund, weil dann die ganzen langen Kabel hier nicht so extrem höher rumhängen, fand ich sie einfach schöner aus. Nachdem ich das ESC mit dem doppelseitigen Klebeband befestigt habe und es in einer guten Position ist, habe ich mir noch einen schwarzen Kabelbinder genommen, diese durch den Kühlkörper von dem ESC durchgeführt und unter die Top-Waste von dem RCK, damit das ESC nicht nur durch Klebestoff, sondern wirklich auch physikalisch richtig befestigt ist. Das hatte ich schon einmal bei einem RCK, dass ich das nur mit diesem doppelseitigen Klebeband gemacht habe und bei extrem harten Aufprallen kann sich auch dieses sehr stabile Klebeband tatsächlich lösen. Deshalb am besten noch einen kleinen Kabelbinder nehmen. Der fällt auch nicht negativ optisch auf, denn den sieht man kaum, weil der einfach so klein ist und eben auch schwarz. Jetzt stellt sich noch die Frage, wo wir den Powerbutton montieren, der hat ja ein relativ langes Kabel. Ich habe mich aber letztendlich dazu entschieden, ihn tatsächlich an die Außenseite hinzukleben. Ich habe dafür auch etwas die Karosserie noch modifiziert. Dadurch kann man das ESC nämlich einfach von außen schön an- und ausschalten, so wie es auch standardmäßig von Highboxing gewesen ist. Dafür habe ich einfach doppelseitiges Klebeband genommen und fertig. Den neuen Empfänger, den 6-Kanal-Empfänger von Dumbo RC, habe ich dabei auf den Servo-Halter montiert. Wieder mit doppelseitigem Klebeband. Das macht meiner Meinung nach einfach am meisten Sinn, denn weiter hinten kann es durchaus sein, dass ihr da mal die Schrauben öffnet, um zum Beispiel irgendwas nachzufetten und so weiter für das Differential oder das Ritzel tauschen möchtet. Deshalb habe ich das auf das Servo-Trufing geklatscht, denn da ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr dort ein neues Servo in naher Zukunft verbauen werdet. Übrigens wichtig, das ist ja ein unabhängiger Empfänger, das heißt ihr müsst auch das ESC-Kabel hier anstecken. Das ist ja bei dem standardmäßigen Highboxing-ESC nicht so gewesen, da war das ja eine kombinierte Einheit, ein 2-in-1-ESC, wo auch der Empfänger integriert ist. Hier ist das allerdings nicht so. In Kanal 1 müsst ihr das 3-Kabel-Servo einstecken. Wenn ihr da ein 5-Kabel-Servo habt, dann müsst ihr euch natürlich ein 3-Kabel-Servo nachkaufen, damit das funktioniert. Das gilt für jedes RC-K und jeden Empfänger. In den zweiten Steckplatz kommt dann das ESC rein und die verbleibenden sind zum Beispiel für Licht- oder Lüge. Lüfter zu gebrauchen. Zu guter Letzt widmen wir uns dem Optischen von der Elektronik. Dafür verpacken wir die ganzen Kabel einfach schön, zum Beispiel mit Kabelbindern oder ihr versteckt das Ganze einfach schön in dem Auto. Widmen wir uns jetzt noch dem unnötig kleinen Akkufach. Dort habe ich mir tatsächlich ein wenig Inspiration von einem anderen YouTuber eingeholt. Ich blende euch hier einfach mal seinen Namen ein. Und er ist auf die Idee gekommen, die Akkuhalter von den AMA 3S-Modellen zu nutzen. Das fand ich eine echt gute Idee, wollte ich auch so machen. Allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass das Akkufach dadurch immer noch nicht deutlich größer ist, beziehungsweise ich keinen Welltoys 3000 mAh Akku reinbauen konnte. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dieses Teil einfach nur als Spacer zu nehmen und nicht als Akkustrapsenhalter, so wie es der Kollege gemacht hat. Anstelle dessen habe ich einfach einen Teil des Unterbodens aufgebohrt, beziehungsweise dort einen längeren Strich reingebohrt, damit ich dort die Akkustrapsen einfügen kann. Dadurch passt auch ein 3000 mAh Akku rein, was ich wirklich sehr, sehr entspannt finde. Natürlich müssen wir auch einen Testfett machen, ob da noch wirklich alles funktioniert. Dafür schalte ich einmal die Fernsteuerung an und danach das ESC und wir werden einmal ganz, ganz langsam mit diesem Auto versuchen zu fahren, denn es ist ja ein Sensor-Brush, das System, heißt, dieses Auto wird sich extrem gut in langsamen Geschwindigkeitsbereichen kontrollieren lassen und siehe da, das ist wirklich komplett verrückt, wie langsam und kontrollierbar man dieses Auto fahren kann. Das ist sonst nur mit einem Brush-Motor möglich und einem Brush-Motor ist das ohne Sensor-Kabel nicht möglich. Wirklich sehr, sehr cool. Einen ausführlichen Fahrbericht werde ich in einem separaten Video teilen und auch darauf eingehen, ob man denn überhaupt ein Sensor-Brush-System in einem Basher braucht und natürlich aufzeigen, ob der Antriebsstrang auf Dauer 3S-Belastung das Ganze auch aushält. Und soviel schon einmal vorab, das Ergebnis ist sehr sehr gut. Und um euch noch ein bisschen heißer und gespannter zu machen, findet ihr hier ein paar Videos auf 3S-Betrieb. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.